hallo meine lieben am freitag den 24 februar um 19 uhr findet wieder der nächste meditations abend statt diese meditation abend wird wieder über zum übertragen und ich freue mich euch da wieder zu sehen wir werden wieder mit den pleiadischen energien arbeiten wir werden als allererste wie immer die gechannelte meditation durchführen und danach mache ich für die ganze gruppe heilung mit heilenden frequenzen der plejada und der lichtwesen wir befinden uns gerade in einem lichtvollen umbruch die dimensionen trennen sich voneinander und manchmal haben wir das gefühl dass wir uns in einem vakuum befinden deswegen möchten die plejada uns unterstützen und uns begleiten und uns beschenken mit den lichtvollen informationen und heilfrequenzen deine seele wird sich bestimmt wieder freuen ihr licht auszudehnen zu dürfen und dein körper kann sich regenerieren und heilen gemeinsam gehen wir diesen weg zum licht gemeinsam unterstützen wir uns und wenn wir uns wieder alle gemeinsam verbinden wenn wir hier auf der erde das licht verstärken und wir gegenseitig können wir davon profitieren ich freue mich auf dich ich freue mich auf euch wir sehen uns bald den link zu dem meditations abend findest du unter diesem video und ich freue mich auf dich bis bald 3 d und die ein d